Wusstest du, dass wenn du gleich schlafen gehst, du eigentlich tot bist? Jede Nacht entscheidet Allah darüber, ob deine Seele zu deinem Körper zurückkehrt oder eben auch nicht. In einem anderen Vers sagt Allah, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ Er ist derjenige, der eure Seelen in der Nacht nimmt. Der Schlaf ist der kleine Tod und deshalb sollten wir, bevor wir schlafen gehen, immer eine Dua aussprechen. Ich sage es vor und ihr sprecht es nach. Ja, es gibt noch andere Versionen, aber diese ist die einfachste. Gewöhne es dir an und spreche diese Dua nun jede Nacht, bevor du schlafen gehst. Es gibt noch eine weitere Dua, wenn man aufwacht, diese geht nämlich folgendermaßen. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِنْ نُشُورَ Markiert eure Freunde, lasst sie auch davon profitieren und diese Dua regelmäßig aussprechen. Dafür werdet ihr auch belohnt, als hättet ihr es selbst gemacht. Keep smiling, it's Sunnah und gute Nacht!